Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 30. April 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 607 und ich habe heute die folgenden Themen bereit. The Thero, Tesla Semi, Spotify, Amazon, Alphabet und Bumblebee. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema und das finde ich ein ganz Spannendes. Schon seit vielen Jahren, gut so viele sind es nicht, ich glaube zwei allerhöchstens, warte ich ja darauf, dass der erste TV-Hersteller kommt und uns einen Hochkant-Fernseher vorstellt. Denn ja, es ist kein, wie sagt man, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, das Hochkant-Format mittlerweile halt wirklich akzeptiert ist überall oder auch in der breiten Masse vor allem. Die ganzen Social Networks, die Hochkant-Dinge produzieren und junge Menschen, die halt kein Fernseher mehr schauen und auch so mittelalterliche Menschen wie meiner, einer und ähnliche, die halt kein normales Fernseher mehr genießen, zwar Netflix möchten und auch Netflix und ähnliche Dienste, Amazon, wie heissen die ganzen Geschichten, die es halt so gibt, also den Content noch in quer benutzen, aber auch immer mehr halt eben Hochkant-Format-Dinge genießen. Und da möchte Samsung jetzt mit einem neuen Fernseher einschreiten. Nach dem The Frame, wo sie ja so ein Bild an die Wand genagelt haben, was ganz cool ist, und dem Serif, das ist das quasi das Bild auf dem Ständer, so wie ein Mal-Dings quasi, kommt jetzt der dritte, würde ich sagen, so ein Lifestyle-TV-Produkt und das ist eben das Zero, wenn ich das richtig ausspreche. und den kann man in Hochkant schieben und somit dann natürlich auch Inhalte davon konsumieren. Ich habe diverse Berichte heute gelesen über eben diesen Fernseher und da ist ganz lustig zu sehen, was da für Menschen hinter diesen Berichten sitzen und interessanterweise sind das eher die, ich sage es mal ein bisschen Reiferen, die da ein bisschen Mühe sehen in diesem Produkt. Ich bin echt gespannt und würde sowas selber auch gerne nutzen, weil, ja, der Preis ist nicht mal ganz so exorbitant, wie man es erwarten könnte. 1470 Euro, gut, Vorsicht, das Ganze gibt es aktuell in Korea, also im Ursprungsland von Samsung zu kaufen. Ob und wie es das Produkt zu uns schaffen wird, das werden wir noch sehen. Ich würde auf jeden Fall so ein Teil testen, denn, ja, meine Mädels schauen TikTok. Ich schaue ganz viel auch neben TikTok andere diverse Formate, die im Hochformat sind. Von dem her könnte es spannend sein und eben, man kann ja auch in Quer wechseln, wenn man möchte. Weiter geht es mit Tesla und, ja, man hätte es fast gedacht. Im 2017 hat Elon Musk den Elektro-LKW vorgestellt und gesagt, dass man innerhalb von zwei Jahren in Produktion gehen möchte und auch, dass man damit pro Jahr 100.000 Einheiten generieren möchte. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Wer hätte das gedacht? Ist ja bei Tesla nicht unbedingt unnormal. Man wird ab nächstem Jahr beginnen. Interessanterweise hat man auch ein bisschen mehr durchsicken lassen, aber nur ganz wenig, dass zum Beispiel die Batterie-Geschichte und die Entwicklung generell in der Gigafactory passieren soll. Wo der Rest hingeht und wo der Rest produziert wird, das wurde noch nicht gesagt. In dem Bereich gibt es auch spannende Neuigkeiten. Wer ein bisschen Google bedienen kann, findet da sicher einen Artikel dazu. Die Fabrik in Asien ist auf sehr, sehr schnellem Wege am Wachsen und am Aufbauen. Das könnte also noch spannend werden mit dem ganzen Tesla und wie es weitergeht. Spotify hat endlich, für sich endlich, die 100 Millionen Nutzer, die bezahlen, geknackt. Die nicht bezahlen oder insgesamt liegt ja bei 217 Millionen aktiven Nutzer, aber bezahlen sind 100. Klingt eigentlich toll, damit hat man auch schöne Beträge einspielen können. Doch das Problem besteht nach wie vor, unter anderem logischerweise wegen den vielen kostenlosen Nutzern, ist das Ganze nicht kostendeckend. Man macht nach wie vor Verlust. Und das sind natürlich solche Klagen von Musikern und Labels teilweise auch oder Liberalen-Labels, die sagen, dass Spotify zu wenig Geld abliebt. liefert und Apple halt eben doch natürlich nicht gerade hilfreich und wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb man da ein bisschen in Richtung Apple geschossen hat in letzter Zeit. Bei Amazon wird ja sehr vieles automatisiert. Es gibt diverse Dokumentationen, wo man sehen kann, wie das Ganze mit dem Packen passiert und so weiter. Da gibt es ja auch andere Beispiele, wie hier Brack in der Schweiz, die das Ganze oder zumindest Teil ihres Lagers automatisiert handhaben. Doch bei Amazon wird noch mehr automatisiert. Das sind nämlich die Mitarbeiter, die überprüft werden, die sogenannte TOT, Time of Task, die Zeit zwischen zwei Scans, also zwischen zwei Produkten, die man einscannt, in den Paket tütet. Und da werden natürlich auch Pinkelpausen und wer Raucher ist, Raucherpausen mit eingerechnet, sollen immer mehr nach unten geschraubt werden. Und auch sonst soll es ziemlich unschön zu und her gehen. Da gibt es ja auch diverse Dokumentationen dazu. Und ja, jetzt ist rausgekommen, dass man das Ganze durch die KI regelt. Eben, der Computer schaut sich die ganzen Zahlen an und wenn da Probleme sind, kriegt man gleich eine automatische Abmahnung und so weiter geht es dann bis zur Kündigung. Da soll der Manager, der dazwischen sitzt, natürlich noch ein Veto einlegen können, aber anscheinend eben auch laut Berichten von The Verge soll da nicht wirklich viel passieren und somit wurden in den eben überprüften Stationen bis zu 10% der Mitarbeiter so rausradikalisiert werden. Das sind oder waren in dem Bereich 300 Angestellte, die einfach so wegradiert wurden. Ein Thema, was man sicherlich unbedingt anschauen muss und ja, ein bisschen den lieben Leuten von Jeff Bezos und unter den würfigen Unterstellten ein bisschen mehr auf die Finger schauen sollte. Nachdem Microsoft ja es geschafft hat, in der letzten Woche Apple zu überholen an der Börse mit dem Börsenwert, hätte man eigentlich gedacht, dass Google dem ähnlich geht und auch die One-Billion-Dollar-Grenze überschreitet. Aber so war es nicht. Google hat enttäuscht, gut, Anleger oder nicht Anleger, sondern eben die ganzen Geschichten dahinter, Analysten und so weiter, die kann man schnell mal noch enttäuschen, weil die immer mehr erwarten und erhoffen, als man denkt oder als schlussendlich dann passieren. Und ja, somit eben passiert. Google hat nicht ganz so viel Umsatz gemacht, wie erhofft und somit dann den Schnitt nicht geschafft. Zu guter Letzt habe ich euch einen kleinen Webberwerb. Wer Transformers und vor allem da den Bumblebee mag, der sollte mal auf den Link klicken, der in den Shownotes mit drin ist, denn da verlose ich mit Hasbro zusammen auf dem Pugibs.ch-Blog drei Pakete an zwei Transformers oder eben Bumblebee-Figuren. Schaut euch an, was da genau ist. Und wer in Basel ist am kommenden Wochenende, von Freitag bis Sonntag, ist ja die Fantasy Basel. Eventuell gibt es da noch das eine oder andere Ticket. Da wird der Transformer-Truck stehen. Das, ganz wichtig, ist der Auftakt der Europa-Tournee. Gut, Europa-Tournee ist ein bisschen übertrieben. Es ist eigentlich eine Deutschland-Tournee, die aber ein einziges Mal in der Schweiz ist und eben da in Basel startet. Alles da rundherum in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne, euch viel Glück. Wer mitmacht, allen anderen einen schönen Tag. Und ich werde es euch diese Woche begleiten und den Achim somit ein bisschen entlasten. Ja, euch weiterhin eine schöne Woche und bis bald. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.